So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder eine kleine, keine Infofolge, ein, was, Ausbeute, ein Ausbeute-Video für euch vorbereitet mit einem kleinen Fazit zur Umweltwoche bzw. dem Freundschaftstag. Ich möchte euch nämlich mal zeigen, was wir alles gefangen haben am Freundschaftstag. Ich hatte es ja schon auf Facebook im Community-Tab, im Community-Tab, angekündigt. Ich habe am Freundschaftstag in den 3 Stunden 14 Millionen EP gemacht. Ihr solltet ja abstimmen, wie sieht es aus, Ramses. Darf ich die 3 Stunden spielen und effektiv EP für mich farmen und nutzen oder wollen wir zusammen streamen und ich lasse das Gott schon nebenbei ein bisschen laufen und chille mit euch. Die Mehrheit hat wirklich gesagt, Ramses, nutzt die EP, Farm-EP, gönn dir, du gibst so viel für uns, gönn dir auch mal selber. Habe ich dann gemacht, hat gut funktioniert. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz was zeigen, ja. Ich habe ein Shiny bekommen, ich bin ein bisschen verbimmelt. Ich habe ein Shiny bekommen, darüber habe ich mich richtig gefreut. Es gab ein, na gut, es gab ein Shiny in Divie. Das verschicke ich jetzt einfach mal direkt. Rest in Peace, kleiner Bruder. Es gab ein, äh, das Shiny Samurzel ist von gestern Abend, glaube ich. Das schicke ich auch mal weg, weil wer braucht schon ein Shiny Samurzel. Rest in Peace. Wumpel finde ich sehr cool. Habe ich ja die ganze Familie voll, die ganze Entwicklung. Ist aber schwer für einen normalen Spieler jetzt direkt alles zu bekommen. Musste ich auch viel durchtauschen und so handeln, dass ich da alle hatte. Songkern war dabei. Und mein absolutes Highlight, was ich bekommen habe am Freundschaftstag, ist ein wildes Shiny Bisa Floor. Das fand ich auf jeden Fall richtig genial. Sowieso generell, die Spawns haben mir eigentlich sehr gut gefallen. Und gefühlt alle 5 bis 10 Minuten ist ein wildes Bisa Floor gespawnt. Da konntet ihr richtig schön Bonbons machen, Erfahrungspunkte mitnehmen. Vielleicht auch ein bisschen Staub, obwohl ich in den ganzen 3 Stunden nicht einmal ein Sternenstück anhatte. Wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen. Ähm, so tauchen da verschiedene Bisa Floor auf. Ihr tippt an, ihr fangt, ihr tippt an, ihr fangt. Und dann das kleinste, süßeste mit WP36 ist einfach ein, äh, Shiny Bisa Floor. Was macht man damit? Ich weiß es nicht. Das Freundschafts-Bisa Floor. Das Umwelt-Bisa Floor. Bisa irgendwas, das Nachhaltigkeits, egal. Habt ihr vielleicht einen coolen Namen für das Bisa Floor, wo man das zusammenhängend sagen kann, dass das aus dieser Umweltwoche kam oder aus diesem Freundschafts-Event, sonst was. Und es heißt Bisa Floor. Könnt ihr mal ein paar Ideen reinschreiben, wie man das nennen könnte. Vielleicht werde ich das dann umbenennen. Wir machen das mal hier dran. Ansonsten gab es eigentlich keine Shinies weiter. Es gab das Bisa Floor. Es gab das Sonnenkern. Und es gab das, äh, was ich schon weggeschickt habe, das Endivie. Was es aber als Shinies gab, noch seht ihr hier in der Umweltwoche allgemein. Unratü-Talks. Unratü-Talks haben wir ein kleines Süßes. Und wir haben eins mit den meisten WP und das werden wir auch entwickeln, damit wir da auch den Eintrag noch haben. Da ist es jetzt wiederum egal, ob männlich oder weiblich. Äh, ich habe ja schon vorher männlich, weiblich und Lucky Decks voll gehabt. Es geht wirklich rein um das Shiny und was das für ein Geschlecht hat. Komplett wurscht, ne. Die Pony-Talks könnte man jetzt sagen, sieht gut aus. Oder man sagt, ach guck mal, da hat sie eine Handpuppe, ne. Also, ja, es ist halt ein Müllhaufen, ne. Deswegen, das ist jetzt kein elegantes, heftiges Shiny. Eins wäre theoretisch hier sogar noch übrig. Äh, was ich gar nicht bräuchte. Unratü-Talks. Budapest. Bruder. Die Pony-Talks. Coburg. Und hier, Coburg. Freundchen. Normal könnte man sowas verlosen. Aber ihr wollt ja immer lieber Legendäre haben oder ihr wollt Accounts haben und ihr wollt sonst was haben. Deswegen, schreibt ihr mal rein. Habt ihr ein Shiny Unratü-Talks in der Woche bekommen? Ja oder nein? Äh, was sonst noch hier alles ist, das seht, das war nach dem Shiny Zerpi-For-I-Z-Day. Da gibt's einige Wampel, die da reingeflossen sind. Das Slimer hier ist aus der Rampenlichtstunde. Dann wollen wir gleich noch was machen. Nämlich, es gab ein neues Pokémon. Nehmen wir nämlich hier. Suchen wieder danach, wenn wir so drauf gehen. Wir haben Bittora. Bei Bittora muss ich jetzt aber mal schauen. Von Bittora habe ich einen Lucky Trade gemacht. Das heißt, ich gehe einmal hier hin. Ich sehe einmal, dass wir das noch nicht haben. Ihr seht jetzt der Hintergrund. Nichts Lucky. Weder männlich, noch weiblich. Gar nichts. Hier ist alles ausgefüllt. So soll das gleich auch aussehen. Wir entwickeln also erstmal unser Lucky Bittora. Da geben wir also Glücks ein. Muss ich nämlich mal schauen, welches das ist. Das ist ein weibliches. Wir entwickeln das weibliche. Dass der weibliche Eintrag da ist. Wir entwickeln gleichzeitig aber auch das Lucky. Dass der Lucky Eintrag da ist. Also brauchen wir nur noch von den anderen Zweien, die Hunderter sind, ein männliches. Ich glaube, das geht sogar auf, weil eins davon auf jeden Fall ein Hunderter ist. Ansonsten ist das ein nützliches Pokémon. Kann das was? Ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich damit immer nicht so. Wir brauchen also jetzt noch ein männliches. Wir geben wieder also hier ein. Vier Sterne. Das sage ich euch jedes Mal dazu. Wenn es Spotlightstunde ist und ihr fragt jedes Mal wieder, was ist das Hunderter? Wie ist der Hunderter wert? Es gibt 35 verschiedene Hunderter Werte. Je nachdem, welches Level das Pokémon hat. Also gebt vier Sternchen ein, damit ihr genau seht, ist ein Hunderter dabei gewesen oder nicht. Jetzt haben wir hier das männliche Bittora. Werden das noch durchentwickeln. So müsste ich dann also wieder männlich, weiblich und Lucky haben. Für mich ist das so perfekt. Und das ist schön, wenn ihr den Gendadex komplett habt. Ihr könnt euch immer auf genau das eine neue Pokémon, was reinkommt, konzentrieren. Wenn ihr den Shiny Dex komplett habt, ihr könnt euch genau immer auf das eine Pokémon, was reinkommt, konzentrieren. Und wenn ihr den Lucky Dex komplett habt, genau dasselbe. So ist es für mich Aufgabe, wenn ein neues Pokémon kommt. Du brauchst ein männliches, du brauchst ein weibliches, du brauchst ein Lucky. Wenn es Shiny gibt, noch Shiny hin und her. Das ist hier Gestein Wasser. Wir können gleich auch mal gucken, wie hoch das eigentlich kommen würde. Auf 3025. Okay, das ist schon eine Nummer. Wie weit kommt das an 2,5 ran, wenn wir hier auf diesem Level sind? 84. Ach, naja. 24, 84. Gut, das ist eigentlich nichts, Bruder. Ich habe zwei Augen in den Händen und eigentlich habe ich da aber auch noch ein Auge und da auch noch. Also eigentlich habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Augen hat er noch eine am Po? Nein, hat er nicht. Keine Po-Augen. Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Wie heißt es? Wir gehen nochmal kurz drauf. Gucken nochmal an. Tantora. Wenn wir jetzt den Pokedex-Eintrag nämlich anschauen, habt ihr wirklich männlich, weiblich, shiny, shiny, lucky. Also alles da, was interessant ist, was man braucht. Das Gäcker-Bohr hier habe ich, glaube ich, ne, ist nicht geklickert. Das ist so gefangen. Aber nicht bewusst. Das ist einfach durchgerotzt, durchgerotzt, hin und her. Sonst was war dann auf einmal dabei. Ähm, Demeteros, noch ein Thema. Wir sind gerade dabei, das Demeteros hier zum Best Buddy zu machen. Ich glaube, da fehlen noch 2, 3 Tage vielleicht irgendwas. Demeteros möchte ich euch aber auch den Unterschied zeigen. Wenn wir hier auf 4 und Sterne gehen, seht ihr das nämlich dann nochmal. Wir müssen nämlich herunter zum Demeteros. Wir haben einen Demeteros gefangen aus einem Fan-Raid. Ich weiß immer noch nicht, von wem die Einladung kam. Nochmal Aufruf. Wer Leipzig, Sachsen, Deutschland am 13.04. mich eingeladen hat für einen Demeteros-Raid. Sagt bitte Bescheid. Ich glaube, Josh der Döner hat drunter geschrieben, das könnte von ihm sein. Aber Benny hat auch geschrieben, das könnte von ihm sein. Es kann aber nicht von beiden sein. Es kann also nur von einem sein. Wir haben jetzt hier dieses Demeteros und das ist ein Hunderter. Das sieht man hier auch nochmal, wenn ihr mir nicht glaubt. 100% Demeteros. Das war mein Ziel im Event. Am allerersten Tag, wo Community-Raid war mit dem Demeteros, habe ich schon ein Hunderter bekommen. Weil ich nach dem Community-Raid im Video einen Lucky-Trade gemacht habe. Und habe dieses hier bekommen. Wenn man das jetzt sieht und das sich nicht gerade aufhängen würde. Das bekommen am 13.04. direkt. Community-Raid gemacht. Danach einen Lucky-Trade im Video. Zack, 100%. Bam, da war Hannes noch da. Wer das noch weiß, vor zwei Wochen. Das war vor zwei Wochen. Morgen sind genau zwei Wochen um. Morgen ist wieder Raid-Boss-Wechsel. Aber morgen kommt ja wieder Demeteros. Wieder Voltolos. Und wieder Boreos. Aber wieder auf den Wolken. Und wieder als Shiny. Wer also noch eins für eine Aufgabe braucht, gönnt euch. Wer noch einen Shiny braucht, gönnt euch. Und jetzt schaut mal den Unterschied. Die sind beide Level 20. Also beide mit 22.41. Wenn ihr hier das hochpushen wollt. Auf Level 50. Das kostet 237.000 Staub. 248 Bonbons. Und 296 XL. 237.000 Staub. Und wenn ihr das normale pushen wollt. Die Bonbons sind die gleichen. Aber der Staub kostet einfach mal 475.000. Das ist schon krass, oder? Immer eine halbe Million Staub, um ein legendäres aus dem Raid auf Level 50 zu pushen. Da muss man tief in die Tasche greifen. Ich möchte trotzdem jetzt mal das hier pushen. Nein, wieso, Ramse? Es pusht doch das andere. Ja, normalerweise ist klar, man pusht das andere. Weil das andere eben günstiger ist. Aber man kann ja trotzdem hier die Kosten, die 225.000, nehme ich trotzdem mal mit. Und gebe ein Power-Up, auf das Demeteros als Level 40er hat jetzt also 3.922, hat Sondersensor und Erdbeben. Äh, das soll der beste Bodenangreifer sein. Also versuchen wir mal irgendeine Lehmschuss, Erdbeben. Lass mal, es sind auf jeden Fall zwei Bodenattacken erstmal. Lass mal die drauf. 3.922. 20, 100% Demeteros, Lehmschuss, Erdbeben. Aber weil wir so gut drauf sind, pushen wir das hier auch noch. Und das ist ja das Gute. Ihr drückt einfach einmal bei den Power-Ups auf Minus und seid direkt am Maximallevel, wenn das funktioniert. Hauen das hier also noch raus, 4.434, auch Sondersensor und Erdbeben. Das heißt, wir geben da auch wieder eine Sofort-TM drauf. Ansonsten, was kann das denn noch für Attacken? Um zu wissen, was es für Attacken hat, drücke ich meistens auf die Top-Lade-TM und sehe dann, er kann noch Dampfwalze, Steinkante, Kraftkoloss. So, was ist besser? Dampfwalze oder Steinkante? Ich weiß es nicht. Normal könnte man sagen, ey, bei Hunderter-Legendären musst du immer eine zweite Lade-Attacke hinzufügen. Könnte man hier machen. Staub habe ich noch. Bonbons habe ich auch noch. Aber braucht man das? Und welche dann? Steinkante? Einen zweiten Dampfwalze, einen zweiten Boden-Move? Ich meine, wenn du im Raid bist, du nimmst eigentlich eh wahrscheinlich den ersten, der voll ist. Du kannst auch so Dampfwalze einstellen, ich weiß es nicht. Schreibt ihr mal rein, was ihr machen würdet. Würdet ihr eine zweite Ladertacke draufgeben und wenn dann welche Dampfwalze, Steinkante oder Kraftkoloss irgendwas. Das war es eigentlich jetzt mit dem Pushen, dem Eteros auf Level 50 gepusht. Das war mein Ziel. Ziel erreicht. Bäm. Nach Mewtwo gab es ja eine richtig gute Welle, ne. Ist auch das Zapdos-Hunderter dann reingekommen. Und ich muss sagen, ich fand trotzdem die Umweltwoche irgendwie ganz chillig. Ich fand die Spawns irgendwie ganz cool. Das neue Pokémon fand ich trotzdem vom Design her auch ganz cool. Hat Spaß gemacht, da Bonbons zu farmen. Shiny Unratütox zu bekommen. Spaß gemacht. Sieht lustig aus. Ist eigentlich ein cooles Pokémon. Richtiges Trash-Pokémon. Richtig Trash. Trash hat noch nie so sehr gepasst wie da. Und gerade dieses Freundschafts-Tag, der ja trotzdem Teil von dem Umwelt-Event war, weil trotzdem noch mal mehr Pflanzen-Pokémon gespawnt sind. Und gerade durch diese heftigen Spawns, wie oft hat da Tuska, Noctuska rumgesessen oder eben auch andere Weiterentwicklungen. Tangela hat oft rumgesessen, ist keine Weiterentwicklung, aber trotzdem cooles Pokémon oder Bisaflor rumgesessen. Und diese Art und Weise, diese drei Stunden wirklich effektiv zu nutzen, zu fangen, zu suchten, zu machen, fand ich richtig cool. Hatte ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, es wird öfters mal sowas geben. Und ich hoffe, es gibt es auch mal mit anderem Boni. Wenn jetzt mal wieder was wäre, wie da ist Freundschaftstag und ihr kriegt drei Stunden lang dreifach Staub. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen, drei Stunden lang einfach alles fangen, 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 fangen und dann gucken, wie viel hast du gemacht. Klar gibt es den Staub natürlich öfters auch bei Community Days. Äh, war bei Serpifor, bei Serpifor ja glaube ich auch so, aber da war Hannes da, wir haben kurz gestreamt. Wenn Hannes nicht da ist, hätte ich hier gesessen, hätte vielleicht gestreamt. Nebenbei, Gottscha hätte ein bisschen was gefangen, das fängt mal, mal fängt es nicht hin und her. Da kommt nicht wirklich so viel bei rum, wie wenn ihr es selber gezielt werft, 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 werft und es einfach euch jedes eintütet. Also effektives Zocken. Hat mir irgendwo ein bisschen gefehlt, weil mir immer der Anreiz irgendwo ein bisschen gefehlt hat. Ihr habt gesagt, nein, gönn dir. Ich habe mir gegönnt und habe gemerkt, dass das richtig Spaß gemacht hat. Wie fandet ihr den Freundschaftstag am Wochenende? Schreibt es mal rein. Wie fandet ihr das Umweltevent? Schreibt es mal rein. Und freut ihr euch morgen auf die drei, äh, Inkarnationsformen, auf die drei Wolken. Ich persönlich würde ja gerne trotzdem vermehrt Voltolos noch raiden. In der Hoffnung auf ein Hunderter. Dass man das vielleicht irgendwann umwandeln kann in die andere Form. Äh, bei der Umfrage hat es gezeigt, ihr wollt alle Dimiteros auf der Wolke trotzdem haben. Und ich glaube, am sinnvollsten wäre es so, wir machen einen Überraschungs-Community-Raid morgen. Ich werde einfach den ersten Fünfer nach elf, den ich sehe, posten. Keiner weiß, was drin ist. Ihr tragt euch ein, wenn ihr Bock auf Überraschungen habt und mit ins Video wollt. Und wir werden einfach den raiden, der aufgeht. Für den Community-Raid. Denn wenn ich jetzt wirklich gezielt auf den Dimiteros warte und dann geht der auf, ist keiner, der auf, ist keiner, der auf, ist keiner. Dann sitze ich die ganze Zeit hier, der Tag vergeht und ich muss vergeblich warten, 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 warten. Und wenn er dann ist und ich den dann poste, stehe ich wieder so heftig unter Zeitdruck, denn ich habe da nur 45 Minuten Zeit. Ich sehe, der ist da, ich muss den posten, dann dauert es 20 Minuten, bis 10 Leute sich eingetragen haben. Dann muss ich die adden, dann muss ich da hingehen. Auf dem Weg dahin muss ich die Accounts ummelden, die Handys zurecht machen. Wenn ich dort bin, muss ich alle, die ich geaddet habe, Beschriften in die Liste einfügen. Ich muss das Intro drehen, sonst was. Das ist alles immer ein bisschen hackelig. Manche haben dann ihren falschen Code geschickt oder so, dann geht da auch nichts. Deswegen, ich würde sagen, wir machen morgen einen Überraschungs-Community-Raid. Einer der drei Wolkengeister wird es sein. Wer trotzdem Bock hat auf das Video, kann gerne morgen dann sich im Community-Tab beim Raid mit eintragen. Wer keine Überraschungen mag, lässt es halt, dann sind halt andere mal dran. Ansonsten sehen wir uns morgen, oder nee, wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses. Heute auch die große Level 40-Account-Verlosung, wo auch jetzt ein 100% Demeteros mit drauf ist. Gestern geradet, 100% Demeteros noch auf dem Gewinner-Account. Wir sehen uns heute Abend. Peace out, vorhaut, euer Ramses.